Ich spiele die Konstanze, die auch Stanzerl genannt wird. Und das ist eine Magd, die schwanger ist und ihr Freund verspielt das ganze Geld. Und deswegen bringt sie dann ihr Kind auf einem anderen Hof zur Welt. Das Kind sieht man aber nie im Film. Also man weiß nicht einmal, ob das Kind lebt. Weil es ist eigentlich nicht klar, sie geht weg, wie sie noch schwanger ist. Und man sieht das Kind dann nicht. Das heißt, es könnte auch eine Totgeburt gewesen sein.